Hey, wie ist der Regen? Ist doch ganz erfrischen, oder? Wir sind ja für die Auszucker. Okay, es ist Zeit, die Schwerkraft zu überwinden. Und deswegen kann ich alle zwei in einem Bildskraft und eine Gleichkeit. Es geht ums. Fliegereien! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, wir kennen das alle. Aber im Grunde genommen, muss ich sagen, ist das Leben eigentlich ziemlich gut. Also, es wird immer Panik, Geschwind, Schreck, Angst oder irgendetwas. Ich muss sagen, ich finde es immer noch ganz geil zu mir. Also, ja, dann lass uns mal durchatmen, ja, okay? Richtig so. Ja, ja, boy. Okay, jetzt rückwärts, rückwärts. Achtung. Ja, jetzt, rückwärts. Frida, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Ein Leben, das ist ein Schreben. Früß mir die Sterne, wie keiner bewohnt. Schneller und immer schneller. Jäger Propeller, wie mir das gerade gefällt. Wie gelobt, ist nichts verboten. Wir geben Zeit, das uns fliegen um die Welt. Ja, jetzt, rückwärts. Ja, jetzt, rückwärts. Ja, jetzt, rückwärts. Das ist das Licht, das wir lieben. Die Karte, grüßt die Sonne, grüßt die Sterne, grüßt die Kost. Kein Leben, grüßt die Schäden, grüßt die Sterne, die Karte nach dem Kost. Schneller, ruhig und schneller, nach dem Herd, da ist was die Welt. Die Karte, grüßt die Karte, grüßt die Karte, die Karte, grüßt die Karte. Ja! WOOOOO!